Herzlich willkommen! Bald ist es wieder soweit, dann werden auf den Tannenspitzen wieder die goldenen Lichtlein blitzen. Weihnachten. Was wäre das Fest der Liebe ohne Musik? Ich lade Sie ein zu Weihnachten mit J. Alexander und dem Royal Philharmonic Orchestra London. 14 traditionelle Weihnachtslieder, fantastisch arrangiert und von einem der besten Orchester der Welt eingespielt. Genießen Sie königlichen Klang.